Das war nur auf den Kopf von Alex Sorge, der findet dann im Halbraum Kiano Staude, dreht sich einmal um sich selbst und zieht an. Immer noch Staude mit dem Distanzschuss und er sitzt, er sitzt, das ist das 1 zu 0. Nach zwei Minuten Kiano Staude fasst sich ein Herz und zieht ab aus 27 Metern. Und er ist so was passiert, dass er dann links unten ins Eck geht. Wahnsinn. War es für eine geile Bude. Ich finde eigentlich neben dem Abschluss, was auf jeden Fall auch noch mal eine Erwähnung bekommt, ist wie Kiano Staude sich in dem Moment auftritt. Das ist ja die ganz große Kunst im Fußball, den Moment zu finden und es dann auch stark zu machen. Und hier gegen zwei Mann, gegen Kuhn und gegen Völk, stark aufgedreht. Und dann, ja, dann konnten die Balinger es nicht mehr aufhalten.